Leute, ich bin's wieder, euer PicosLP und ich habe ein neues Auto geholt, einfach mal so just for fun, so für zwischendurch, wir haben ja genug Geld gehobt und dann dachte ich mir, ja gut, was machst du damit? Bekaufst du dir mal ein Auto, ne? Jo, Kevin ist auch dabei. Ja, moin! Jetzt kann ich was sagen. Okay, ich drück mal gleich K, damit wir loslegen können. Ja, ich hab schon K wie Kevin gedrückt, schon längst. K wie okay. Oh, Junge, wie er da rumgedriftet ist. Wie ein Drift-Kings. Jo, I idiot, hier, das ist der Name, das wird dich von dem Team. Aber noch nicht Ei sammeln, ne? Noch nicht Ei sammeln? Ist doch nicht nur einen, oder? Nein, oder doch. Ja, komm, wir können nicht schon mal. Ich will, wie du eingepackt hast. Junge, das ist nicht cool hier, denn ich. Freuze im Kalender, offizieller Feier. Willst du den reinpacken, oder nicht? Ja, das ist in meiner Tasche. Ich will ihn nicht auspacken. Okay, okay. Die haben es eingesammelt, guck. Was für Opfer. Ja, egal, wir fahren da hin, aber ich gehe einfach nicht in den Punkt rein. Ja, mach das so. Kreuz im Kalender, offizieller Feier. Oh, Junge, wie das Auto hier abgeht. Wie, Al-Ala-Hit? Wie ein Jungspund geht der. Wie ein junger Hex. Höre, höre. Höre, höre. Läuft bei dir. Ja, okay. Wo sind die Gegners? Warte, ich drehe mal damit um, damit wir dann schon mal den fertig zum Losfahren haben. Du und Einparken, das können wir da schon. Ich darf das. YouTube-Bonus. Ach ja. So, ich habe einfach mal geregelt. Okay, die Gegners. Also, die Gegners. Let's get started. Let's get started. Pass mal, sag ich gerade mit dir los, du singst die ganze Zeit nur. Ja, ich habe gute Laune und wenn ich gute Laune habe, dann singe ich besonders gerne. Oh, da ist ein Gegner bei mir. Entschuldigen, keine Sorge. Ich habe mich gerne gerettet, kein Ding. Oh nein, meine Motorhaube ist verbeult. Willst du einsteigen eigentlich? Nein, die müssen das nur ablegen. Das dauert wahrscheinlich 20 Stunden noch. Alter, das Ding explodiert gleich und ich laufe einfach ruhig über was. Was bin ich eigentlich hier für, für ein Skiller? Hi, Skiller. Okay, fertig. Okay, und wann steckst du ein? Ich komme, ich komme, komme, komme ja schon. Ja, 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 ja. Jung. Das war ich jetzt aber nicht. Zum Glück war es kein Gegner. Steig ein, Bitch. Oha, was hast du gesagt? Nichts. Bitch, better got my money. Wo? Äh, wo? Wo? Wie, wo? Aber wo? Hier, Gegner! Wo? Auf ihn mit Gebrüll! Hab dich schön gemacht. Oh, den hat's erwischt. Oh, du warst das! Hier, Gegner! Ich hab nach hinten auf den Gegner immer noch geschossen. Hab ich. Junge, 85, äh, extra bekommen wir wegen Hilfe bei Tötungen, ne? Nur mal so. Ja, aber mein Stoß hat ihm das hier... Oh, vielleicht sollte unser da weggehen. Der hat ihn verhaftet. Ah, du hast dir die Luft geschehen. Komm, schnapp dir die Punkte. Ach, das ist der Gegner. Schnapp dir die Punkte. Hab ich... Ja, ich... Ich konnte ihn nicht verhaften. Ich hab ihn getötet. Mal gucken, ob es der im Chat streift. Oh, fucking God. Na gut, hab ich gesagt. Oh, wir mussten ein Ei nehmen. Oh, ach, den treff ich eh nicht. Wenigstens sag ich eine gute Selbsteinschätzung. Jetzt schießt der von unserem Team mich ab, warum? Ich hab den Geil, ich hab... Ja, weil dem was du getan hast. Hab ich gar nicht. Nicht mit Absicht verdoppeln. Ich bin gleich dauernd, ja, jetzt bin ich dauernd von dem. Aber der hat nicht lange gebraucht, was ist mit dem uns? Report ihn jetzt einfach. Dann ist gut. Ja, er killt mich einfach. Er könnte ich das vorstellen, ohne Grund. Er soll mal einnehmen und nicht töten. Wirklich, Mann. Ich bin der Einzige, der... Ey, der nächste 60 Meter. Genau, so geht das nicht weiter. Es hat keinen Sinn mehr. Ich bin auf dem Weg zu H. Aha. Ja, war ein guter Witz. Ja. Du und auf dem Weg zu irgendwo hin. Auf dem Weg zu irgendwo hin. Ey, ich hab mich verlaufen. Das ist schon ein bisschen kacke hier, oder? Mit dem Verlaufen. Ja, das ist hier echt... ...bescheiden, sag ich mal. Ich bin immer noch auf dem Weg zu H. Noch 30 Meter. Ah, ja. Wenn ich noch wüsste, wie ich da jetzt hinkomme, genau. Oh Gott, da laufen schon... ...seiden auf mich zu. Oh, ich bin bei H. Ich nehm H ein. Einen hab ich. Ach, ja. Zweiten hab ich auch. Vor allem ganz ehrlich, ich hab ja nicht mal die Punkte eingesammelt, sondern du hast für meinen K. ...die Punkte eingesammelt. Und der tötet mich. Ich versteh's nicht. Okay, da hinten kommen wir rüber. Glaub ich. Oh, die Gegner haben eins eingenommen, wieder zurück. Oh, das ist jetzt aber nicht okay. Nein. Ich bin jetzt bei I. Das wird nicht toleriert. Renn doch I mal ein, ich helfe dir. Ich schaff's das eigentlich alleine. Renn mal drei Meter vor. Okay. Ja, ja. Das hättest du aber gern. So. Ach, guck mal, geh mal hier rauf. Komm mal zu mir. Ja, dann kannst du's durchschießen, ja. Ja, ist gut. Mach mal für mich hier, dann sieht das aus wie James Bond. Nein. Na los, mach doch, damit ich hier runterfalle. Deine Ernährung? So, dir kommt da eine. Jawohl. Oh Mann, ey. So unnötig einfach mal. Kann man bestimmt einen guten Actionfilm erträgen. Ja, auf jeden Fall. Muss hier unten so einer chillen und mit einer Striper so draufzahlen. Nein, die sind wie die Zecken hier überall. Ab nach oben? Irgendwo? Habe ich noch eine Granate? Jo, habe ich sogar noch. Aber ich habe sie nicht getroffen. Oh nein. Profi am Start. Einen habe ich. Okay, ich gehe nach oben. Dann los. Oh, ich werde abgeschossen. Vorsicht. Oh Gott, von allen Seiten. Oh, da sind auch noch zwei. Ja, wenn ihr echt gerade... Malträtiert. Alter, sind das viele Gegner hier bei uns. Zum Glück ist der Spawnpunkt zu dicht dran. Okay. Ist das euch noch willkommen? Ach ja. Du bist schon wieder tot, oder was? Oh ja, ich war zwischendurch mal kurz weg. Aber ich bin ja schon wieder auf dem Weg. Also mach dir keine Sorgen. Alles klar. Ich bin los. Junge, woher wusste ich das? Wusste er, dass ich da komme? Hä, woher wusstest du das? Ich weiß es nicht. Ich komme um die Ecke, in dem Moment, PAM, voll mit der Sniper weggeschossen. Dem so, jo, alles klar. Ich komme von der Seite, wie die Gitarren zu genannt. Oh Mann. Ah, traurig, traurig. Die Jungen von heute sind echt schlimm, ey. Ich komme rein, wie durch die Drehtür. Ich bin real, denn ich stehe viel. Achso, darf ich ja, ich darf ja eigentlich singen, oder? Ich denke, das sollte kein Problem sein, weil du ja selbst, sag ich mal, in dem Fall der Interpret bist. Ja, nee, aber ich kann ja so singen wie Rihanna zum Beispiel und denken die dann nicht, ich bin Rihanna, oder so. Ja, wahrscheinlich. Fangen wir an, so wie Rihanna zu singen, bitte. Ich würde das gerne hören. Mann, die Gegner sind keine Gegner, die sind alles so easy, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich bin gleich vorbei. Ich will auch noch punkte, 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 ja. Ja, doch, ja. Ja, voll, ich. Ich würde sagen, ich habe ein paar Punkte bekommen. Ich bin wieder ein Level gestiegen. Also, nee, das war ich ja letztes Mal schon. Warte, wo ist denn jemand in Karspawn? Hier, hier, hier. Da wollen wir doch hier mal in Karspawn. Oh, war das ein Wortspiel? Jogi, der war echt, der kam einfach... Der kam einfach so einfach rausgeschossen. Ja, der kam einfach so aus dem Nichts, so einfach so BAM, in your face, weißt du? Das Gefühl kenne ich auch, wenn er einfach aus dem Nichts kommt, ey. Aber zum Glück nicht immer in your face. Oh, oh, oh. Ach, ja. Aber ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, schon mal gesagt, hier, ne? Nach Weihnachten geht eine neue Ära los auf jeden Fall auf diesem Kanal. Genau, und jetzt weiß ich auch, wo es geht. Beziehungsweise hoffen wir es. Hoffen wir es, hoffen wir es. Sicher ist noch nichts, aber... Ich sag euch, Leute, das wird mega, ihr werdet mega unterhalten werden, weil wir haben das schon mal so nebenbei gemacht, um das aufzunehmen, und das ist einfach nur... Pringum. Also, das ist einfach nur geil. Das könnte ich echt freuen. Besser als hier. Das wird mega, ihr werdet da richtig unsere Emotionen erleben, wie ihr sie noch nie erlebt habt. Außer bei mir, weil ich hier am Ausrasten bin. Ja, ja, so ähnlich, aber das wird echt... Aber noch mehr, noch mehr. Und ich sag nur, eins, eins, vielleicht, vielleicht weiß es der eine oder andere dann schon, aber... Ich weiß es nicht. Nicht spoilern, oder? Ne, ich spoilern nicht wirklich. Ich glaub auch nicht, dass es jemand was damit anfangen kann, aber ich sag nur, eine Sache dazu. Wir werden immer näher rücken. näher nach vorne. Wir werden immer näher nach vorne rücken. Dank Konzentration. Ja... Das kann ich dazu sagen, ich weiß nicht, ob... Ich dachte grad, du hast Rückenprobleme, oder so. Nein. Ich weiß nicht, ob ihr das dann... Also, ich denk nicht, dass es irgendjemand jetzt wissen wird. Ne, unsere Rückenprobleme kennt ja sonst keiner. Ne. Keines Erachtens. Wieso schießt du mich ab? Ich hab den Gegner, der hier liegt, abgeschossen. Ich kann dich ja immer abschießen. Ne? So sieht das dann nämlich aus. Dann sag mir immer das ein. Dann mach ich das halt. Immer diese Teamkameraden, die mich abschießen. Ja, ne? Schlimm. Aber ich weiß noch, wie ich mich immer über die... aufgeregt, also von wegen... Ey, was für Bob schon wieder vom Teamkameraden. Irgendwie ist es mir in letzter Zeit öfter mal passiert, muss ich zugeben. Ein bisschen ärgerlich, aber... Er fährt einfach mit meinem Auto. Beziehungsweise sie. Ich weiß nicht, ob es ein sie oder er in Wirklichkeit ist, aber es ist jedenfalls ein Frauencharakter, genauso wie ich ja einen Frauencharakter habe. Aber bei mir wisst ihr warum? Warum? Transvestit und so. Nein. Ah, alles klar. Ach man, die Teamkameraden sind wieder sehr useful. Aber wir haben auch echt verdammt viel... Wieso bist denn die gestorben? Ja, weil keiner mich geschützt hat hier. Ich schütze hier die ganze Zeit. Oh, und man riecht geschützt hat. Hilfe bei Ziel. Hilfe bei Ziel, sag ich nur. Oh, das ist ein Eibrecher. Ein Eibrecher. Das ist ein Eibrecher. Ich will ja nicht sagen, aber ich habe einen Feind getötet. Nein! Doch, sowas kommt schon mal vor. Ganz selten, aber es gibt's. Also, Leute, wenn... Wenn du ein Video machen müsstest, ne? Von deinen ganzen Kills, dann wäre das auch nur ein 2-Mute-Video, oder? Vielleicht. Jetzt werdet ihr alle da hinten getötet. Vielleicht bei euch. Oh, ich bin von unten abgeschossen von zwei Seiten. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg zur Rasier. Oh, ich bin down. Oh, alles klar. Dann rasier die mal. Ich werde gerade von der Seite abgeschossen. Und ich bin down. Du musst die töten, wenn du abgeschossen bist. Wirklich? Danke, dass du mir jetzt erst den Tipp gibst. Hättest du mir ruhig mal ein bisschen früher geben können. Es tut mir doch so leid. Bin ich jetzt mal ernsthaft. Ach so, wir müssen... Oh, da sind Gegner. Ich würde ja fragen, wo sind die Gegners, aber ich sehe sie. Leute, ich kann noch einen Tipp dazu geben. Zu dem, was da vielleicht kommen wird. Und zwar, wir treffen uns morgen dafür. Tatsächlich. Aber jetzt wisst ihr immerhin schon mal, das ist was, was bei einem stattfindet und nicht über Internet so einfach. Also, ich denke, das geht auch mal. Ja, das findet nicht über Internet statt. Nein. In unserem Fall nicht. Wie ich die Leute hier rasiere, ne? Ohne Shampoo. Ohne Rasiergöl? Ist aber unangenehm. Oh, man. Schon wieder einer da. Come on, let's get down, down, down. Ernsthaft, er... Er nimmt mich die ganze Zeit von ner Leiter runter. Ich gehe zu diesem first word problem, wenn zwei Leute ne Leiter benutzen wollen. die haben die Ware wo sind die denn? ich sehe schon ich sehe schon ich werde abgeschossen das will ich jetzt aber nicht so prämisch warum denn? ich weiß es nicht vor allem weiß ich nicht mehr von wo du hast einen Mini-Man ja aber ich weiß nicht wer auf mich geschossen hat wo die roten Charaktere sind aber auf sie sehen, sehen sie nichts so ungefähr also ich werde schon wieder abgeschossen wir müssen das erstmal einsammeln und ich bin da und hast du ihn? ich fühle mich gerade so ein bisschen an wie so ein Banjo-Spieler achte du bist ein Banjo-Spieler Leute aber wie die immer wissen wo man ist einfach mal alle Silber im Gegner-Team da guckst du rein alle Silber alles klar ich habe noch einen Gegner wo sind die Gegner? ich mache jetzt mal hier die Mission ich würde sagen ich versuche jetzt auch mal jemand zu killen Leute das wäre hilfreich wenn die die Razzia machen würde so wie ich aber es ist nur so eine Idee würde ich sagen aber du machst es ja schon oder? nee ich bin ja wieder tot aber du hast gesagt so wie du ich habe es ja schon angefangen aber der Spawn ist ja wieder endlos weit weg das ist ja echt ein Witz oder? ja richtiger Schenkelklopfer ich weiß nicht wonach die Spawns sich richten aber das ist ja echt peinlich man 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 boah es ist jetzt deren Ernst ich will hier gerade auf jemanden schießen und hier kommt so ein Typ der halt gar nichts mit unserem Match hier gerade zu tun hat und fährt mit seinem Auto dazwischen nein ja da report oh oh da steht gerade wir sind die Losers glaube ich bin mir nicht sicher aber ich glaube doch nein doch stimmt Loser die Losers nein wo sind die Gegnerstädte? oh da ist ja ein Kevin steck ein nicht auf der Straße umbrennen meine Jogtale dein Ernst? steck doch mal ein spring doch mal rein so actionmäßig ok warte du bist gegen meine Haute gestanden du bist gegen meine Haute gestanden oder? jonge in Wirklichkeit hätte man sich noch nicht mal den Knöchel verknackst ja gut einfach mal tot kann man machen muss man aber nicht ach ja oh Gott wo bist du jetzt? ja wo hast du die spawnen lassen? bei Eva das ist ja die Frage bei Eva weil ich dich nicht sehen auf der Karte da kommt sie wie öffber so einsteigen Wow Oh man, wir sind echt gerade, ich glaube, diese Folge war schon, also man hat nie irgendwie eine gute Leistung von mir gesehen in den letzten drei Folgen, aber ich würde sagen, der Unterhaltungsgrad an sich ist aber gestiegen, so viel Scheiße, wie wir gemacht haben. Ich glaube, deiner ist stärker, oder? Meiner ist definitiv stärker, ja. Leute, der ist durch mich durchgefahren. Warte, ich muss mich mal richtig hinstellen. Ich habe kurz Nitro gemacht, sorry. Nitro, du und Nitro. Ja. So, jetzt mal hier, interessante Frage, sind Privatfahrzeuge besser? Nein. Als die, die man irgendwo finden kann? In dem Fall zum Beispiel? Nein. Nee, nicht wirklich, ne? Drückst du gerade drauf? Nee, ne? Doch, ich drück drauf. Ja, jetzt schon. Nee, die ganze Zeit auch schon. Warte, komm, wir stellen uns jetzt mal wirklich direkt gegenüber. Oh je. Okay, los. Fangen wir an. Drei, zwei. Okay. Warte. Ja, fängst du jetzt mal an? Ja, ich mach doch schon. Wann fängst du an? Das macht einfach keinen Unterschied, ob man irgendwie stehen bleibt oder nicht. Ja, jetzt hau ich dich weg. Junge. Easy. Was ist denn los hier? Das ist wie so ein Stierkampf, ey. Okay, komm noch. Ich lass mal ein bisschen Anlauf nehmen und dann genau aufeinander zu fahren. Wir beide explodieren wahrscheinlich, aber egal. Die auf die andere Seite. Okay, warte, ich fahr mal wirklich ganz weit nach hinten. Okay, ich bin hier schon an der Wand. Okay, sag, wenn wir denn losfahren. Bist du schon ganz hinten? Warte, ich bin jetzt an der Wand dran. Drei, zwei, eins, go. Nein, ich wurde gedreht von uns. Nein, ich fahr jetzt. Nein, okay, okay, dann komm ich dir entgegen. Achso, die ist so geil, weil ich kenne. Junge. Junge. Gewinnt immer der, der oben, also der, der rüberfliegt, oder? Ey, warte, steig mal kurz in mein Auto. Warte, ich will eben den neu spawnen. Falls es geht. Ja, ich hab den in die Luft gesprengt. Der sollte nicht bei uns sein. Junge. Junge. Wieder fast überfahren. Interessant. Okay, wer spielt jetzt gegeneinander? Oh, ich gegen den, okay. Okay, okay, okay. Ich nehm auch mal was. 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 Okay, das sollte reichen. Okay, warte. So, drei, zwei, eins, go. Okay, ich fahr, ich fahr, ich fahr, ich fahr. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Jo. Easy. Easy win. Ja, fahr doch mal, Mensch. Ja, was? Was ist denn los bei dir? Drück doch mal nach vorne. Jo, ja, ja, ja. Jo, ciao. Hey, wo bist du? Hä? Wo bist du hin? Du hast mich überfahren. Hä? Du bist ausgestiegen oder was? Ja, und in dem Moment, zack, warst mich überfahren. Oh, schön. Ich lass mich immer wieder spawnen. Okay, noch ein... Du suchst jetzt nochmal ein anderes Auto aus. Und dann mal gucken. Wie dann das Match ausgeht. Ich bin gespannt. Okay, warte mal kurz. Ich muss... Ah, ich hab hier eins. Ähm, nochmal kurz eine Durchsage hier. Am Ende jetzt nur, Leute, meldet euch bei Facebook. Bei Kasse 3. Schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr auch in den Clan wollt. Und, ähm, mit eurem Namen und sowas. Und dann... Du bist zum Auto, ich fahr los, ja. Versuchen wir das mal, dass ihr auch rein könnt. Und manchmal schreibe ich rein, wenn ich online komme. Also, gebt dann die Info bekannt, dass ich jetzt online bin. Und wenn ihr dann auch online geht, dann kann ich euch einladen. Also, ihr müsst mich dann einfach anschreiben und dann lade ich euch ein. Und dann ist die Sache durch. Ja. Und dann könnt ihr auch immer gucken, wann ich online bin. Okay, ich fahr los. Alter. Easy. Boah, aber ist gar nicht so easy gewesen jetzt. Easy. Aber ich hänge in der Luft, das ist doof. Ja, ist gut für mich. Habe ich ein Vierrad? Weil deiner jetzt immer noch nicht so schnell ist. Ich weiß nicht. So. Jetzt nehmen wir nochmal das Taxi. Ich will mal so richtig hochjumpen. Ja, okay. Taxi! Ich komme hier nicht raus. Ich gebe einfach das Autoweg. Oh Mann, jetzt muss ich das hier extra wegstellen. Ich glaube es ja wohl. Ich glaube, ich werde weg. Ich glaube, ich werde weg. Das ist die geilste Werbung wie überhaupt. Vor allem, ich kann mir nicht mal merken, von welcher Werbung das ist. Also... Scheiße, ich bin auch tot. Das ist jetzt dein Ernst. Wo sponst du dich? Ich weiß, sabbert. Du wolltest doch testen, ob das Taxi stärker ist oder nicht. Die falsche Richtung. Oh Mann. Hier geht's lang. Nein, geht's gar nicht. Ach so. Also das Taxi hat gewonnen, würde ich sagen. Mann, Junge. Okay, nochmal. Okay, dein Polizierauto geht mal. Okay, warte. Okay, warte. Ich nehme deins. Ach, alles klar. Ich nehme schon mal ein bisschen Anlauf. Alter, das war jetzt nicht dein Ernst. Das sagst du jetzt von. Okay, dreimal. Egal, jedenfalls. Ihr könnt auch einfach bei euch ins Spiel. Picos LP. Da geht er fliegen. Alter. Nochmal. Alter, aber diesmal musst du das aufnehmen. Diesmal will ich fliegen. Diesmal will ich fliegen. Ich nehme mir immer noch auf. Ja, okay, komm. Dann nimm dir das Auto. Dein Ernst? Was hast du damit gemacht? Ja, du hast das gemacht. Jetzt müssen wir richtig... Lass mich jetzt richtig viel anlaufen. Okay. Ich bin wirklich bis zum Ende. Lass meine Straße suchen, die freier ist. Nein, ist egal. Die Nutte ist, die freier ist. Fangen wir jetzt wieder da rauf. Aber das heißt ja nicht Nutte, das heißt ja Prostituierte. Ja, hier ist eine breitere Straße. Eins weiter, das geht schon viel besser. Ist die auch breiter als der Türsteher? Ich denke schon. Wäre jedenfalls komisch, wenn die einen... Stell dir vor, hier läuft so ein Türsteher über die Straße einfach komplett gesperrt. Okay, wir haben schon 400 Meter, das Recht ist. Okay, los. Ich drehe mich um und... Let's go. Ich fahre los. Links oder rechts? Das war dieses Mal. Links von mir aus. Scheiße, ich muss nochmal wechseln. Okay, 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 okay. Wow, wow, fast oben drauf. Schade. Alright. Okay, jedenfalls, ihr könnt mich natürlich auch einfach... Ich kann nicht mehr vorwärts. ...hier hinzufügen als Freund. Dann seht ihr auch immer, wenn ich online bin. Also einfach Picos IP eingeben und dann als Freund hinzufügen. Und dann ist die Sache durch. Und das ist jetzt nicht dein Ernst. Egal, dann verabschieden wir uns jetzt. Also bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein und ciao. Haut rein, Kinderz. Ciao.